Und bei dieser Pressekonferenz war auch der Journalist und Autor Jens Weinreich, einer der besten FIFA-Kenner und ein langjähriger Platter-Kritiker. Und ihn begrüße ich jetzt in Zürich. Guten Abend, Herr Weinreich. Guten Abend, ich grüße Sie. Herr Weinreich, was war denn jetzt ausschlaggebend für diesen völlig überraschenden Rücktritt nur vier Tage nach der vierten Wiederwahl von Platter? Tja, das ist die große Frage. Das ist die Frage, die wir heute noch nicht beantworten können. Denn es spricht ja alles dagegen, dass Josef Platter, ein Mann, der 40 Jahre um diese Macht gekämpft hat und die Hälfte dieser 40 Jahre, 20 Jahre an der Macht war, dass der jetzt so einfach davon lässt, nachdem er gerade wieder intronisiert wurde. Also da muss es schon und da wird es auch andere Gründe geben. Darüber wird man in ein paar Tagen, frühestens, vielleicht in ein paar Wochen, vielleicht auch erst in ein paar Monaten Bescheid wissen. Und ich gehe mal davon aus und auch Leute, die sich einigermaßen auskennen, hier in Zürich, die Platter lange kennen, schätzen das schon ähnlich ein, dass es gewiss mit bestimmten Ermittlungen zu tun hat. Wenn man vielleicht mit den Ermittlungen in den USA, vielleicht auch mit den Ermittlungen, die die Schweizer Bundesanwaltschaft laufen hat. Wenn es so ist, warum ist Platter dann nicht mit sofortiger Wirkung heute zurückgetreten, sondern er bleibt noch mehrere Monate im Amt? Ja, das ist die große Frage. Und das ist aber gleichzeitig auch so ein bisschen typisch, Platter. Also wenn ich vorhin gesagt habe, es ist natürlich absolut untypisch für ihn, dass er vom Amt lässt. Vor ein paar Tagen habe ich bei Ihnen in der Sendung gesagt, dieser Mann wird höchstens im Sarg aus dem Home of FIFA getragen. Es gibt aber noch eine andere Option. Er hätte natürlich auch, er läuft vielleicht auch Gefahr, per Handschellen abgeführt zu werden aus dem Home of FIFA. Und das wollte er garantiert vermeiden. Dass er dann jetzt sagt, er macht das nur ein paar Monate, er will weiter, er redet dann weiter, er will die Reform weiter vorantreiben. Das ist wieder der typische Platter, der nicht lassen kann von seinem Sessel, immer noch nicht. Aber es kann schon sein, dass er da einfach jetzt von der Welle, die weltweit jetzt in Gang gesetzt wurde, davon gespült wird. Was bedeutet denn diese wirklich völlig überraschende Entwicklung jetzt für die FIFA? Gibt es einen logischen Nachfolger, etwa UEFA-Chef Platini? Also der sollte es gewiss nicht werden. Also es gibt Gründe, das ist nicht nur meine Meinung, es gibt Gründe. Platini ist mit Katar, mit der WM-Bewerbung 2022 Katar zu sehr verstrickt. Platini ist ein typischer Vertreter auch der Vetternwirtschaft. Und genau dieser Vetternwirtschaft, die man ja eigentlich beseitigen sollte in der FIFA und auch im Europaverband UEFA. Platinis Sohn arbeitet als hochbezahlter Manager für Katar-Firmen. Und zwar seit einer Zeit, kurz nach der WM-Vorgabe an Katar. Also das kann nicht sein. Das Problem ist hier, dass es ja bei Blatters Rücktritt nicht bleiben kann. Die FIFA wird geführt von einem Generalsekretär, den man gerichtlich verbrieft als Serienlügner bezeichnen kann. Jerome Walk hat Sponsoren angelogen, alles dokumentiert in Gerichtsakten in den USA. Das komplette Exekutiv-Committee der FIFA muss zurücktreten. Und auch in den Konfederationen, also wie in Europa, Nordamerika, Afrika, Asien, muss die komplette Führungsriege ausgewechselt werden. Auch die Administration, Walk habe ich erwähnt. Nur dann ist es möglicherweise, wäre möglicherweise ein glaubwürdiger Neuanfang möglich. Anders läuft das nicht anders. Dann würden dieselben Typen, die teilweise ja schwer korrupt sind und immer noch im Amt und würden, würden weiter über das Geschehen im Fußball bestimmen. Ich muss dazu sagen, alle diese Männer, die Sie da ansprechen, bestreiten das natürlich kategorisch, dass das so sei. Was die Fußballfans jetzt möglicherweise noch viel mehr interessiert als die Funktionärsfragen in der FIFA ist, kann dieses Erdbeben heute auch Auswirkungen auf die bereits vergebenen Weltmeisterschaften in Russland und in Katar haben realistisch gesehen? Das hat eigentlich erstmal nichts mit Blatters Rücktritt zu tun. Das würde nur dann damit zu tun haben, wenn die Ermittlungen der Schweizer Bundesanwaltschaft, die sich um die Weltmeisterschaften in Russland und Katar kümmert, wenn die eine Ursache werden, dass Blatter da schon vielleicht mehr weiß, dass ihm da was droht. Also das ist völlig offen. Man muss sehen, in den USA, das sind ja zwei große Verfahren, die laufen, in den USA sind die ersten Anklageerhebungen rausgegangen. Es wird weitere Anklageerhebungen geben, es wird weiter recherchiert und mit den Amerikanern ist damit überhaupt nichts zu spaßen. In Großbritannien übrigens beschäftigt sich jetzt auch das Serious Fraud Office, also die Betrugsbehörde damit. Mag sein, dass die auch investigieren, bald. Und dann schließe ich die Ermittlungen in der Schweiz. Also das, was mit Russland und Katar geschehen wird, das ist jetzt nach diesem Tag weit offen. Sagt FIFA-Kritiker Jens Weinreich und weil er heute Abend quasi Reiheninterviews gibt, haben wir dieses Gespräch vor einer halben Stunde aufgezeichnet. Und während es jetzt gelaufen ist, hat der US-Sender ABC berichtet, dass das FBI mittlerweile auch gegen Blatter selbst ermittelt. Weswegen ist allerdings noch unklar.